Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu einer weiteren Folge der Dummschwätz Hehehe Auf, äh, Inferno Ähm, ich wollt eigentlich eine andere Map jetzt, ich wollt immer mal, aber ja, äh, es ist, äh, es ist sehr schade Aber vielleicht könnt ihr mich da mit Servern versorgen oder sowas, es kommt echt anscheinend gut an, bis auf die letzte Folge, die hat zwar fast 100 Wicks, aber kein Kommentar Oder nur einen Aber der, die anderen sind schon, äh, und da bin ich echt so ein bisschen, na, so wisst ihr Bescheid Achso, wir sind nur zu viert, äh, So, Nase kratzen, Achtung, und dann kommen sie Okay, fertig gekratzt Achso Wie, das war kein Headshot Ja, das war jetzt aber ganz unglücklich, oder? Hey 54, hab ich ihm, äh, ins Haar geschossen, oder was? Okay, okay, ich weiß, am Anfang ist man, äh, eigentlich gut So, ihr Nasen Was, hab ich da was von Rush gehört? Was, was, was? Och, Salat Warum, warum, äh, da hinten jetzt? Hä? 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 Oh Ah, 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 ah Ich muss die Bombe legen Kennt ihr doch früher die Leute in der Schule, die sich so gemeldet haben? Die Hühner, oder wie man die genannt hat? Die gackernden Affen? Ja, die Arschlöcher durften, die durften nicht rankommen Aber sie sind trotzdem reingekommen, ja, ja, ja Oh Gott, ich bin ein Arschloch Vielleicht findet ihr die Bombe ja nicht Ja, da defused er Aber er war auch echt langsam, oder? Ich mein jetzt, ohne Witz, wenn das ein ESL Spiel gewesen wäre, wären die schon oben auf Teppich gewesen, oder wie das heißt Und ich hätte eigentlich von hinten kommen können, aber der war noch auf, auf Mitte gestanden, was soll ich, was soll ich dazu sagen? Oh, mein, verfickter, fick, fackel die, fick, rage, quit Ich zeig euch jetzt live hier, wie geil ich jetzt, oh, ich find da ein paar selber, okay Okay, wählt ihr aus, ihr seid jetzt live dabei, was, was, Office, okay, gut Ach, Deathmatch, Leute, ich hab keinen Bock auf Deathmatch, also ich will schon richtig spielen Äh, äh, Dust 2, ach, Dust, komm, Dust So, da kommt der nächste Auf das geht's direkt besser, oh Gott, ich darf nicht so behindert lachen Ihr kriegt doch Angst, Mensch Ja, wisst ihr noch, warum wir so berühmt sind? Drüben kommt doch bestimmt gleich einer Abdecken, abdecken Lass mal Fatis, lass das mal Fatis machen Mann, bin ich schlecht, bin ich schlecht Meins? Okay, aber das war schlecht, ich weiß, das war schlecht Er hat ja noch nicht mal ne Waffe gehabt Smoken wir mal hier und flashen aus Versehen Nenenenenenenenenenenenenenenenenene Prepare to win Ich bereite mich immer auf den Win vor, hallo? Was denn sonst? Okay, 6-1 ist natürlich schon Ragequit-mäßig, ja, aber Dieser verkackte Doppel-Zuhl Hätte mich jetzt fast gefickt Achso, ja, ich mache immer mit Kuh weg Stimmt, ich weiß genau, ich werde gebumst Ganz eklig, also da hat er mich jetzt aber ganz eklig überrascht Achso, achso Vier, fünf Bots, fünf, drei Spieler nur Ich verabschiede mich von diesem Server right now Übrigens, ich könnte nächstes Mal, wenn ihr wollt, auch Dummschwätzern bei The Forest Ich habe The Forest, ich habe mir The Forest geleistet Und das ist echt, also das hat sehr hohes Dummschwätzer-Potenzial, habe ich gemerkt So Frodo, dann leg mal los, der tanzt I just came Ich habe doch gedacht, von oben kommt einer, den habe ich gehört Aber den unten nicht Ich hätte die doch fast beide gebürmst, oder? Nein, schade Auf der linken Seite sehen sie eine Map Oh shit, I'm gonna die Nein, geh da nicht runter, du wirst sterben, Jimmy Nein, Jimmy Ich habe es dir gesagt, Jimmy Fuck Schuh, lass mich nicht im Stich Danke, Schuh Die kommen jetzt eh von oben Ja, hallo Ich habe es doch gewusst Ey, es waren schon wieder zwei hintereinander Ich pimmel ein, ich pimmel einen Weil ich nicht die richtige Waffe habe So, obwohl vorher hatte ich auch P90, ich habe es nicht geschafft Oh man Ich zeige euch mal, wie ein richtiger Rush geht Ja Jetzt lernt ihr mal von dem ganz großen Früher ESL, Platz 1 Überall Platz 1 Platz 2, Platz 1 Ich war zuerst auf Platz 2 Au, 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 au Du Roschlo Erstmal in Zeitlupe einkaufen Ich hätte gerne einen Nighthawk Und den Rest Oh yeah Mit dem letzten Schuss Ihr geht nicht da Kriegen wir kurz Ich war es nicht Ihr gehöre mir Ihr geht jetzt alle aus dem Weg Ihr geht, mir geht jetzt aus dem Weg Mir, mir gehöre die Hey Wer mich erschrickt Oh Gott, wie peinlich Bam, bam, bam Hätte ich schon, hätte ich schon, oder? Hätte ich schon treffen sollen eigentlich Den einen Achtung jetzt Oh, Bullpup-Noob Oh, Pistolen-Noob Oh, du bist so ein Messer-Noob Oh, du kannst immer unter Messern Oh, du schlägst mich immer mit den Fäusten Ins, ins Auge Oh, werde ich zum Scout-Noob Du, 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 du Neins Mua Das war blöd, da runterzuspringen Aber, okay Achtung jetzt Scout-Noob Das muss ich rausschneiden Oh Gott, das muss ich rausschneiden Tja, ich hab's wirklich rausgeschnitten diesmal Ich wusste nicht was, aber es war so peinlich Ich konnte es nicht drin lassen Hört auf, hört auf Oh Gott Vier Nachrichten in zwei Chats Und eine SMS Na, Klasse Ah Äh, ja So, ich muss jetzt nach der nächsten Runde Muss ich dann auf jeden Fall gehen Ich muss nämlich doch einkaufen Und jetzt nur für euch Eine Pump-Runde Aber das wird sowas von auf die Nase geben Oh, jetzt gehört die Waschmaschine ab Ich hoffe, ihr hört sie nicht Irgendwie habe ich mir diese Runde interessante vorgestellt Locker Ja, okay, das war's erstmal Vielen Dank fürs Zuschauen Nächstes Mal geht's noch cooler weiter Ich war jetzt ein bisschen müde Hört auf Hört auf Gute Nacht